Jo Leute, damit willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal und in diesem Video geht es mal um eine neue Woche 10 Aufgabe und zwar Durchsuche Drohnen in Upstate New York. Insgesamt 7 Drohnen müssen wir durchsuchen, dann gibt es hier 25.000 XP und falls ihr euch gerade fragt, was Upstate New York ist, da seid ihr ganz genau richtig, ich zeige euch jetzt hier den Ort und dafür würde ich sagen, gehen wir ganz kurz mal in eine Runde Gruppenkeile. So und hier sind wir auch schon in der Gruppenkeile und ich zeige euch jetzt, wo Upstate New York ist. Davor könnt ihr gerne ganz kurz noch ein Abo hier lassen, falls ihr neu seid, würde mich sehr freuen und ich zeige schon mal direkt auf der Karte und zwar ist genau das hier, diese Insel ist Upstate New York, also die komplette Insel könnt ihr benutzen, um Truhen zu durchsuchen. Ich zeige euch dafür jetzt aber mal sehr, sehr gute Orte, wo es viele Kisten gibt und zwar kann ich hier die Häuser am See auf jeden Fall empfehlen, hier gibt es wirklich auch sehr, sehr viele Kisten oder ansonsten könnt ihr halt auch wirklich ganz am Rand dieser Insel irgendwo die Kisten öffnen, das zählt auf jeden Fall. Ich lande jetzt mal ganz kurz hier und ich zeige euch mal, wo die Kisten hier sind. Ihr könnt eigentlich auf der Hütte hier landen, denn in dieser kleinen Hütte hier gibt es auch direkt eine Kiste, ich zeige es mal, hier ist eine Kiste, von hier aus könnt ihr dann einfach mal hier in das Haus reingehen, dann gibt es hier nämlich auch noch eine zweite Kiste und zwar hier an der Stelle gibt es direkt noch eine zweite Kiste, die könnt ihr durchsuchen und dann geht ihr einfach mal ganz kurz hier die Treppen runter und dann gibt es hier noch eine dritte Kiste hier hinten an der Stelle, dann müsst ihr aufpassen, so durchsuchen, nicht hier bauen, weil dann geht die kaputt, sehr, sehr wichtig und dann gibt es hier noch hinten in diesem Raum auch noch eine vierte Kiste, also wirklich ein sehr, sehr guter Ort. Ansonsten wie gesagt zählen auch die Kisten, die einfach drumherum hier sind, das heißt beispielsweise jetzt in dieser kleinen Hütte, die einfach rumsteht, könnt ihr auch hier einfach mal die Truhe durchsuchen, denn hier gibt es eine und zwar diese hier und die würde dann auch zählen, also so geht das Ganze auf jeden Fall auch. Hier zum Beispiel in der Hütte auf diesem kleinen Berg gibt es auch noch mal eine Kiste hier drinnen, könnt ihr auch durchsuchen, also wie gesagt, es gibt die Kisten wirklich überall verteilt und alle Kisten hier auf der Insel zählen, denn das hier ist Upstate New York. Ich hoffe euch hat das Ganze weitergeholfen, wenn ja, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, bis dann und ciao.